Was tun in den Sommerferien und wie du deine Ferien sinnvoll nutzen kannst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und die meisten von euch haben ja aktuell Sommerferien und deswegen kam jetzt bei Instagram schon ganz auf die Frage, Leo, wie soll ich meine Ferien nutzen, was kann ich da meist machen, soll ich viel lernen, soll ich nur chillen, um dann im nächsten Jahr wieder voll durch zu starten. Und das sind natürlich alles total berechtigte Fragen und auf die möchte ich in diesem Video eingehen. Was ich euch als allererstes mal empfehlen würde, vor allem für diejenigen, die im nächsten Jahr die 11. oder 12. besuchen, also die jetzt nicht dieses Jahr schon die Abi gemacht haben, sondern die im nächsten Jahr nochmal ein Schuljahr haben werden, ist, dass du unbedingt so schnell wie möglich, das heißt im besten direkt nach diesem Video, dein letztes, dein vergangenes Schuljahr analysierst. Und dass du da sozusagen die Boys von den Healthy Asters sagen immer gerne die Hits and Shits. Das bedeutet, du schreibst dir, du setzt dich einfach mal hin, überlegst ein bisschen über das vergangene Schuljahr und denkst dir, okay, was waren Hits, also was habe ich richtig gut gemacht, vielleicht hast du sehr konsequent gelernt, vielleicht hat dir eine Lerngewohnheit unglaublich viel geholfen oder du hast im Unterricht extrem viel mitgemacht und hast einfach gemerkt, okay, dadurch haben sich einmal den Noten verbessert. Dann schreib dir all die Dinge auf und sagst, hey, das war richtig, richtig gut, das will ich unbedingt beibehalten. Und dann kommst du aber genauso eben auch zu den Shits und schreib nicht hin, was habe ich falsch gemacht, was habe ich schlecht gemacht, sondern schreib vielleicht hin, was will ich besser machen, weil das drückt immer gleich aus, dass du dich verbessern willst, nicht, dass alles schlecht war. Und dann schreib eben auch die Dinge auf, die nicht so gut liefen, aber schreib am besten gleich es so auf, quasi positiv formuliert, also beispielsweise anstatt, ich habe zu wenig gelernt, schreib dir lieber auf, ich will in Zukunft mehr lernen. Und dann versuch da vielleicht aber auch gleich konkret zu werden, also ich würde gerne mehr lernen, aber das wird nicht einfach magisch im nächsten Schuljahr passieren, sondern überleg dir auch gleich, was kann ich tun, damit ich wirklich mehr lernen kann. Also lag es in der Motivation, haben mir die Gewohnheiten gefehlt, woran lag es? Und versuch das ein bisschen zu analysieren, sodass du dann wirklich da auch effektive Erkenntnisse draus ziehst, um mich dann im nächsten Schuljahr eben auch zu verbessern. Und genauso, wenn du jetzt gerade dein Abi gemacht hast, dann würde ich empfehlen, musst du dir das Ganze natürlich nicht so machen, weil du willst ja keine Schule mehr haben, kann natürlich trotzdem vielleicht für das Studium nützlich sein, das heißt, wenn du das Gefühl hast, okay, es bringt mir da irgendwas, kannst du auch das machen. Aber was ich dir da trotzdem empfehlen würde, ist es auf jeden Fall auch, zumindest mal über das Schuljahr zu reflektieren und dir mehr so Gedanken darüber zu machen, was habe ich allgemein über mich, über mein Leben, über andere Personen gelernt, dann einfach, dass du da nochmal wusstest, okay, was ging einem eigentlich im letzten Jahr ab? Und ich meine gerade die 12., die 13., je nachdem, was bei dir das letzte Schuljahr ist, da tut sich einfach mega viel. Und dann nochmal drüber zu reflektieren, sich bewusst zu werden, was alles geschehen ist, kann super, super wertvoll sein, auch dann für dein ganzes weiteres Leben. Dann als zweiten Punkt, auf jeden Fall chillen, auf jeden Fall chillen, also speziell in den Sommerferien, wenn du wirklich extrem viel Zeit hast, macht bitte, bitte nicht den Fehler, es geht jetzt vor allem mal die ganz ambitioniert und euch, jetzt irgendwie jeden Tag weiter lernen zu wollen, das bringt euch nichts, es bringt euch nichts, macht es einfach nur verrückt. Deswegen, ich würde in den Sommerferien, wie gesagt, habt mindestens vier Wochen, wo ihr keine Sekunde an die Schule verschwendet. Das könnt ihr euch locker leisten, ihr müsst nicht in den Sommerferien schon anfangen, fürs Abitur zu lernen. Chilt einfach, okay, chillt einfach. Ihr kriegt komplett Abstand, das ist echt das Allerallerwichtigste. Und ich meine, die meisten, die sagen, hä, mach ich das sowieso, perfekt. Das ist bloß an die 30% gerichtet, die vielleicht sagt, ja, und ich will aber unbedingt. Leute, chillt, ihr habt danach genug Zeit, um richtig geile Noten zu schreiben. An dritter Stelle würde ich euch in dieser Zeit auch unbedingt empfehlen, einfach mal neue Sachen auszuprobieren. Egal, ob du jetzt dein Abi gemacht hast oder im nächsten Jahr dein Abi hast, du erst in die Oberstufe kommst, egal ob du noch Schule hast oder nicht, hab einfach Spaß und probiere neue Dinge aus. Das kann einfach die verrücktesten Sachen. Wir sind jetzt einfach noch jung und mach einfach mal eine Sache, wo du ganz genau weißt, wenn ich irgendwann mal auf dem Leben zurückblicke und mir an diese Sache vielleicht bedenke, denke ich mir, hey, eigentlich cool, dass ich das einfach mal ausprobiert habe. Das muss ja nicht mega wertvoll sein oder muss nicht dein ganzes Leben verändern oder die geilste Sache sein, die du jemals gemacht hast. Mach nur einfach mal was Neues. Einfach nur neue Erfahrungen gewinnen. Weil beispielsweise nach dem Abitur, weil dir so viele immer nach Australien und das kann man auch gerne machen, aber du kannst dir auch jetzt in den Sommerferien einfach so schon neue Erfahrungen sammeln. Die kannst du wahrscheinlich in deiner Stadt schon sammeln, auf deinem Dorf, keine Ahnung wo. Innerhalb Deutschlands kannst du schon so viele Erfahrungen sammeln. Mach doch einfach mal irgendwas davon. Probier doch einfach mal was aus, anstatt immer nur daheim zu chillen, die Sachen zu machen, die du sowieso immer machst, sondern nutzt doch die Ferien wirklich mal einfach was ganz, ganz Verrücktes zu machen, weil wie Tante Ella in dem Film Frau Ella ja schon gesagt hat, wir bereuen nur Dinge, die wir nicht getan haben. Als vierten Punkt, was mache ich hier? Als vierten Punkt kann es natürlich auch natürlich super, super geil sein, wenn du dir schon mal Gedanken über dein weiteres Leben machst und du auch Dinge machst, die vielleicht nichts mit der Schule zu tun haben. Sondern die ich auch langfristig schon weiterbringe. Also Bücher lesen, machen hier schon sehr viele von euch. Seminare zu Persönlichkeitsentwicklung besuchen, Videos anschauen, die über das Thema gehen. Wie verbessere ich mich? Wie entwickle ich mich weiter? Wie werde ich erfolgreich? Und all diese Sachen. Beschäftige euch einfach damit. Das möchte ich natürlich in der Schule mega weiterhelfen und auch im Leben danach. Und da einfach mal schon die Ferien, wo man einfach den meisten Abstand zur Schule hat, zu nutzen, um für diese Themen auch seinen Kopf und sein Mindset zu weiten, ist super, super wichtig, weil du da das einfach am besten schaffst. Wenn du das im Schulschritt bist und dann dir irgendwann erzählt, oh und übrigens, keine Ahnung, so und so sparst du am meisten Geld, damit du finanziell unerflich bist. Shit, alter, kein Bock dir zuzuhören. Ich will jetzt erstmal hier in der Matheklausur eine gute Punktzahl erreichen. Und deswegen, wenn du in den Ferien einfach Zeit hast und dich trotzdem weiterentwickeln willst, beschäftige mich mit solchen Themen, wird dir mega viel bringen. Und dann zu guter Letzt, würde ich allerhöchstens, allerhöchstens ein bis zwei Wochen, bevor die Schule wieder anfängt, mich auch mit der Schule auseinandersetzen. Manche werden sagen, was, zwei Wochen vorher bist du verrückt? Manche wollten das machen, also für die ganz ambitionierten, würde ich sagen, maximal zwei Wochen vorher, wie direkt davor chillt. Und damit es aber auf die Schule zugeht, kann es wirklich sehr sinnvoll sein, sich vor allem in der letzten Woche damit zu befassen, weil du dich zum einen mental darauf einstellst, und es ist nicht einfach, oh, jetzt habe ich Schule, so von einem Tag auf den anderen, sondern du weißt es einfach schon, richtest dich da darauf ein, damit es nicht so ein Schock für dich sein. Und ich würde dir da drei Dinge raten, wie du dich vorbereiten kannst. Und zwar zum einen, wiederhole vielleicht die Themen aus, oder die Fächer aus dem letzten Jahr, die dir nicht so leicht gefallen sind. Einfach, dass du da anschließt, kannst du dich auch bei allen Fächern machen, wenn du es wirklich sehr intensiv machen willst, weil du willst einfach viel stärker drin sein. Du wirst vor allem auch gleich in den ersten Stunden total präsent sein. Und gerade wenn du neue Lehrer bekommst, ist es natürlich super wichtig, dass du da alles von letztem Jahr einfach top drauf hast, weil du einfach sofort einen guten Eindruck machst. Und wir wissen alle, dass der einfach oftmals den ein oder anderen Notenpunkt noch ausmachen kann. Deswegen das super, super wichtig. Ansonsten würde ich auf jeden Fall auch mir Ziele setzen. Setz dir Ziele für die einzelnen Fächer, wie viele Punkte willst du in welchem Halbjahr schaffen. Ziele sind so entscheidend, weil wenn du die Ziele hast, wirst du einfach so krass nochmal realisieren. Okay, wow, da will ich hier eigentlich hin, dafür muss ich so und so viel tun. Und dann weißt du einfach auch in jeder Woche, wie viel du machen musst. Und das bringt es halt einfach mega, weil du immer so einen klaren Fokus hast und der ist vor allem im Schulalltag halt super entscheidend. Und als Bonus-Hack dazu auch unbedingt, lest dir mal den Lernplan durch. Nicht Lernplan, sondern Lehrplan. Das bedeutet einfach das, was das Kultusministerium ausgeschrieben hat, was in deinem Bundesland in den jeweiligen Fächern drankommt. Weil dann hast du irgendwie vor dem Schuljahr schon einen Überblick über alles, was drankommt. und es ist nicht so, du gehst so von Stunde zu Stunde, oh, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Sondern vor allem für visuelle Menschen und Menschen, die sehr gerne logisch denken und Struktur haben, so wie ich, was bestimmt auch auf einige von euch zutrifft, es gibt einem irgendwie so eine Art von Sicherheit und so einen Überblick, wenn du weißt, was alles drankommt. Deswegen, das kann es super bringen, weil du kannst auch einfach, wenn es richtig übertreiben ist, kannst du dich auch schon Dokus über die verschiedenen Sachen anschauen, damit du dann, wenn es drankommt, noch ein paar Sachen sagen kannst, wenn du wirklich Hardcore betreiben willst. Aber es kann einfach nur vom Überblick her super, super wertvoll sein. Deswegen macht es unbedingt. Und ich würde sagen, mit diesen fünf Tipps kann man die Sommerferien und generell alle Ferien mega, mega gut nutzen. Deswegen, ja, macht es. Enjoyt. Lernt nicht zu viel in den Ferien. Sehr wichtig. Enjoyt eure Life. Wir sind jung. Es geht darum, Spaß zu haben. Und ansonsten, glaube ich, will man euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.